Die 5 besten Knochenbrühe für Hunde, ein Vergleich Ich habe die Kalbsknochenbrühe 6x350ml, Bio-Qualität, Kollagen- und Proteinreich bestellt und bin sehr zufrieden. Die Brühe ist sehr lecker und schmeckt nach frischen Zutaten. Sie ist sehr nahrhaft und enthält viele Proteine und Kollagen, was sie zu einem perfekten Allrounder macht. Die Verpackung ist auch sehr praktisch, da man sie leicht öffnen und schließen kann. Ich kann dieses Produkt auf jeden Fall empfehlen. Ich habe die Rinderknochenbrühe von Take Stock ausprobiert und bin begeistert. Sie ist nicht gentechnisch verändert und hormonfrei und enthält einen hohen Kollagen- und Proteingehalt. Außerdem ist sie kalorien- und fettarm und frei von Gluten, Milchprodukten und Hefe. Die 6x500ml Packungen sind sehr praktisch, da sie leicht zu transportieren sind. Ich würde die Brühe auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe diesen 8 in 1 Triple Flavor Knochen M für meinen Hund gekauft und er liebt ihn. Er ist aus Hähnchenfilet, Schweine- und Rinderhaut hergestellt und schmeckt wirklich lecker. Mein Hund kann es kaum erwarten, dass ich ihm ein Stück gebe. Ich kann es nur empfehlen, es ist eine tolle Belohnung für ihn. Er hat es auch sehr schnell gegessen und es schien, als hätte er es sehr genossen. Es ist sehr gut verdaulich und hat eine gute Qualität. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe die Knorgold Augen Rindsuppe gekauft und bin sehr zufrieden. Der authentische Geschmack ist wirklich einzigartig und der Suppenspiegel ist ideal. Es ist sehr vielseitig einsetzbar und kann für viele verschiedene Gerichte verwendet werden. Ich habe es auch für einige meiner Lieblingsgerichte verwendet und es hat sie wirklich aufgewertet. Ich kann es nur empfehlen, es ist ein großartiges Produkt. Ich habe die Knochenbrühe Bio von Weiderind ausprobiert und bin begeistert. Die Brühe ist 20 Stunden gekocht und enthält viele wichtige Nährstoffe wie Kollagen, Protein, Aminosäuren und Mineralien. Sie ist auch ideal für Likigut, Paleo und Colon Cleanse. Ich habe die Brühe zu verschiedenen Gerichten verwendet und sie passt wirklich gut. Sie schmeckt sehr gut und ist sehr nahrhaft. Ich empfehle diese Knochenbrühe Bio auf jeden Fall weiter. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.